Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Planet Paradise. Wir machen jetzt das Stunt-Rennen. 100.000 Punkte in einer Minute. Das wird schwierig, aber im Canyon wird das schon viel besser laufen. Da ist schon die erste Rampe. Die ich mal sowas von verhaue! Wie tief! Nee! Nein! Das mag ich nicht. Ihr Arschlöcher! Das gibt's doch nicht. Das war richtig lustig. Nee. Hallo? Hallo? Könnt ihr mal aufhören? Jetzt muss ich doch nicht einfach warten, bis die Zeit rüber geht. Nee, oder? Ist gleich, Leute. Ah, toll! Gerade wo ich stoppe, dann... Ja, aufzufahren, Alter! Was fährt denn der los? Trottel. Fuck it. Ich will jetzt endlich mal diese scheiß Rampe da fahren. Kombinierestand, um deine Punkte zu maximieren. Los geht's! Ja, ist gut. War immer hier, oder was? Nee, doch nicht schlecht. So. Hallo? Habe ich nicht gut geschrieben, oder was? Was ist das denn für ein Verarsche? Boah! Ist das ein Kotzen! Mann! Mann, 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 Mann! Ist das zum Kotzen! Der Sprung funktioniert nicht. Gibt gar nichts gut geschrieben. Hammerhardt hier. Hammerhardt! Jetzt ist das abgelaufen. Ist das schön, oder? Ist das schön? Das ist schön. Das ist richtig schön. Warum zum Teufel verarscht ihr mich, die Arschlöcher? Mann, ey! Ist das zu glauben, wie ich hier verarscht werde? Kann doch irgendwo nicht mehr angehen, oder? Was zum Teufel? Habt ihr da Probleme an? Lass mich das eigentlich machen! Gott, oh Gott! Alter! Seid ihr Arschlöcher, ihr Entwickler! Mann! Seh! So lächerlich ist das! Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Fuck it! Ihr seid Arschlöcher, Mann! Ich kann hier in diesem Bad nichts schaffen, ey! Mann! Was ist das für eine Zielvorgabe? Mann, oh! Alter! Ihr seid so zum Arschficken, Alter! So zum Arschficken seid ihr! Mann! Wir sollen sowas schaffen! Niemand! Niemand schafft so eine Scheiße! Das kann ich doch jetzt schon sagen! Oh, scheiße, ey! Schon wieder verpasst! Und wieder ein Crash, Alter! Ich darf hier nix machen in diesem Part! Ich darf hier gar nix schaffen! 15 Minuten! Von wegen, Alter! Alter! Ist das so kurz, dieses Spiel langsam! Das sind Zielvorgaben! Das schafft kein Mensch! Alter! Guck mal, wo ich hier wieder langfahre! In die Stadt! Ja! In die Stadt, wo nix läuft! Mann! Geht gar nix hier! Es geht gar nix hier! Guckt euch das so an! Es geht gar nix gut geschrieben! Boah! Ist das so kurz? Das ist so ein Scheißspiel! Ich hab's noch nie gesehen! Guckt euch das so an! Ich hab das nicht mehr getroffen! Und hier... Boah! Boah! Alter! Ich krieg zu viel! Mann! Kein Sandrennen mehr! Ich mach jetzt nur diese Scheiße mit diesen fucking Freischalten, ey! Boah! Wieder ein Sprung! Wieder nix gut geschrieben! Das so verarscht ist das! Das ist nicht zu fassen, ey! Das ist einfach nicht zu fassen! Ich lass mich hier in Ruhe dieses Scheißrennen zu Ende fahren! Bitte! Nein! Boah! Ich kann's nicht fassen, ey! Boah! Ich kann's nicht fassen, ey! Boah! Ich kann's nicht fassen, ey! nix machen! Das ist doch nicht zu fassen! Das ist doch nicht zu fassen! Boah! Boah! Ne! Das reicht mir endgültig! Das ist doch nicht zu glauben! Ich werde das einfach nur freischalten, Leute! Das ist mir zu viel! Das ist mir einfach, ey! Das ist... Ich hab' nicht die Stimme für sowas! Ich möchte heute noch voll viel aufnehmen! Ich hab' Urlaub! Und muss mir hier so ne Scheiße antun! Nein! Ey! Das ist mir zu viel! Das ist mir einfach zu viel! Wenn ich mal freischalte! Ist das der gleiche Wagen oder ein neuer? Das weiß ich nämlich nicht! Da steht dann meistens was Neues! Komm! Es ist mir einfach zu viel für meine Seele! Und da hab' ich keinen Nerven mehr für! Zeig mal! Jetzt glaub ich mal! Ja! Boah! Boah! Doch! Ach mein Gott! Das ist doch verarschend vom Spiel! Ihr wisst doch manchmal, wenn man sich das nochmal an uns überlegen, dann muss man noch mal durchfahren! Ihr seid doch arschlich! Ich geh nie mehr! Ihr könnt mich so ein Arschficken! Das ist mir so aus von egal! Langsam! Alter! Das ist mir so aus von egal! Da hast du keinen Nerven mehr! Das ist mir so aus! Freigeschaltet! 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 Aha! Komm doch hin! Komm mein Gott! Ich geh mir nicht auf einen Piss hier! Ehrlich. War ja klar, bis es ändert statt. Ja, genau. Ja, dann bis gleich. Neue Wagen freigeschaltet, Leute! Tja. Einziger Erfolg. Bis gleich. Und schon geht's wieder weiter. Wie im letzten Part. Machen wir wieder nur Scheiße hier. Äh, im vorletzten Part machen wir einfach mal nicht. Frisch ohne die Kacke ist es wieder. Zeig mal her. Du verdienst von mir, dass ich hier lang fahre. So, wieder die gleiche Scheiße wie schon mal andere. Boah, Alter! Da bremst du nochmal. Verarscht gab es mich auch ein anderes Mal, ne? Also muss es nicht heute sein. Was zum Teifel war denn da jetzt schon wieder? Fahr weiter, ne? Fahr weiter. Es ist jetzt wieder. Genau, war klar. Klar, weil ich hier nicht rauskomme. Das ist so super vom Spiel. Das ist so super gemacht. Alter, ficken kannst du mich. Ficken kannst du mich sowas von. Oh, das ist so super. 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 Guck mal, wie der Lenk. Das ist ein Traum. Ein Traum ist das. Ich weiß auch persönlich gar nicht, wo ich langfahren muss. Ach, wieder dieses Scheiß hier von wegen. Diese Kurve kommt, links abbiegen. Nein, das war doch so klar! Alter, sind wir hier nicht was mit Underground oder was ist hier bitte schon los? Alter, so geplant geht es doch nicht mehr. Noch eine Minute, das habe ich nicht. Du sollst abbiegen, Mann! Du blinkst und blinkst und... Nee, das ist scheiße. Das wird nichts. Guck mal nochmal auf die Karte. Du äußerst das. Das ist verdammt knapp. Verdammt knapp. Verdammt knapp. Mann, der blinkt sofort, ey. Das ist doch nicht zu glauben. Okay, komm. Ich will das noch heute in diesem Part erledigt haben. Wenn ich es irgendwas geschafft habe. Vielen Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das sieht schon geil aus. Der sieht schon geil aus. Für den Hunter Manhattan Custom zu deiner stetig wachsenden Flotte hinzu. Gut. Wir haben bisher so viel geschafft, Leute. Das ist der Hammer. Dieser Part hat mir nichts gebracht. Mal ein neues Auto. Oh. Fahr ein neues Auto. Nein. Nein, nein. ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel, das ist Hammer, gegen Ende wird es immer beschissener mit diesen Rennspielen, Schwierigkeit von wegen des Unfairness, was hier gespielt wird und der Carson Outpost, schaut auch noch scheiße aus, weh, Green Hornet, weh, in dem Auto fällt es wirklich auf, ne ne, ne, so der, der, da würde ich sagen, der Carson Grant-Marie, das ist der nächste, das hessische Ding, nicht hessisch, aber alte Ding, so nochmal auf die Karte hier schaut, wie so wächst ich eigentlich, wenn das Auto muss, als andere in der Stadt, das kann noch irgendwo nicht mehr sein, kann ich irgendeinem auf die Autobahn drauf bitte, der besteht, der besteht, der besteht, der besteht, der besteht, der besteht, der in dem nächsten Part, Leute, kann ich ja jetzt schon sagen, werden wir auf jeden Fall Rennen fahren und dann werde ich mir schön die Rennen aussuchen, die wirklich nicht lange sind, wo ich nicht die Welt bereisen muss und das mal wieder verarsche, wo ich nicht wieder die ganze Welt bereisen muss, um da irgendwie zu gewinnen, ne, so, sich nicht ein, hier, durch, durch, äh, halb, äh, Amerika durchzudüsen, nur um hier ein Rennen zu fahren. Es hat so gut angefangen, diese Part, ich zocke auf Burn on Paradise unglaublich gerne, privat, aber, ich weiß nicht, auch wenn, wenn die Aufnahme läuft, ihr wisst ja, auch wenn ein Programm läuft, dann ist, immer ruckelt das Spiel ein bisschen mehr und deswegen denkt ja manche, mit PC, äh, ich mach das aber, ne, ich muss die Einstellung so machen, dass es wie am wenigsten ruckelt, aber dass es auch relativ schön aussieht, das ist die Schwierigkeit bei meinem PC. Boah, ich hab so oft rumgeschrien, das ist der Hammer. Dich krieg ich auch noch irgendwann. So. Oder wann, wo der mich rausfiel, dass er rauslässt. Eine Minute. Schick mich so, so, und dann muss ich nach links. Okay, ist eine gute, gute. Wenn er lenken würde, wenn er Gas geben würde, wäre es noch viel besser. Lenken tun sie wie die Weltmeister, lenken tun sie nicht. Bisher klappt es. Ich bin schon unterwegs, ich muss nur ganz kurz gucken. Wo muss ich denn abbiegen? Jetzt die nächste, die nächste auch nicht, die zweite. Auch nicht. Es war klar, dass es wieder so eng sollte. Es war so klar. Und die Zeit geht weiter. Das ist das Beste. Weil er mich jetzt wieder irgendwo hinschickt. Das ist auch weg. Das ist immer so schön. Wenn die Fernse in den Spielen über die Unfernse. Das ist so toll. Das tut so gut, mal wieder gewonnen zu haben. Fünf fucking Siegen. Boah, ist das hässlich. Ach so. Er wartet auf dem Schraubplatz. Ich verstehe. Sicilian. Von wegen Siziana und Mafia und deswegen wurde das schon durchlöschert. Ich verstehe. Ich check it. Ich hätte es gedacht. Ich muss sagen, ändern wir noch die Karre. Natürlich ist es super, wenn wir noch andere Fahrzeuge finden würden. Aber mittlerweile so rar. Also der Inferno-Wenn hat den einfach weggehauen. So ist es nicht, ne? Nee, ey. So ist es, was ich interessiert. Aber da. Ich würde mich aufcover. So ist es in der Axt영ats. Ich freue mich hierhin. So ist es ja so schön. So ist es bei der Inferno-Wennung, da ist es eigentlich kein Problem, der Inferno-Wenn-Wenn-Wenn sich am liebsten. So ist es eigentlich ein Problem. Wie ist es selbst? Oh, geschafft. Junge, 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 Junge. Alter, war das Kacke. Grand Sicilian. Sieht jetzt schon kaputt aus, aber mit den Löschern noch besser. Oh man, die lassen sich was einfallen. Was fehlt uns denn noch? Der hat einen extrem weiten, das weiß ich jetzt schon. Den sind 12. Nehmen wir den Carsten Opus. Was für eine Musik, ey. Ja, dass ich aufhalten. Wie weit ist denn bis dahin? Nicht weit. Gut, Alter. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Und ciao.